6 zu 1, also die doch recht deutliche Führung jetzt der Jungadler. Deutsche Stachowjagd, unglaublich schneller Spieler, schöner Pass, das war glaube ich ein Pass aus dem Eishockey Lehrbuch auf Tim Stütze. Innen zu halten, im Angriff schon und ein wunderbar herausgespielter Doppelpass zwischen der Nummer 87 Stachowjagd und Stützle, 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 Stützle. So jetzt, für den Preto, Tor! Ja, Stützle blockt das Ding weg und schiebt die dann über den Schonach. Da könnten sie hier schon noch was entgegenzusetzen haben. Und jetzt aber 3 auf 1, Sebastian Hohn, der hat da gut gesehen, dass Tim Stützle da ganz frei steht. Gut durchgetankt von der Nummer 8. Von Tim Stützle. Und da ist das Tor für die Jungadler. Spielt durch die Düsseldorfer, allerdings kein Abnehmer in der Mitte. Tor für die Jungadler. Tor durch die Nummer 8. Tim Stützle. Tor durch die Nummer 8. thinks. Tor durch die Nummer 8.